Mein großer Triumph war zum Greifen nah, die letzte Schlacht in meinem langen Krieg gegen Superman. Seine Kräfte waren von den ständigen Kämpfen stark geschwächt, und er flog ins All, um sie von der gelben Sonne der Erde wieder aufladen zu lassen. In diesem Moment schlug ich zu, aber meine Besessenheit hatte mich blind für die wahre Gefahr gemacht, für den wahren Feind der Erde. Lantern! Kämpf gegen jemanden, der dir gewachsen ist! Cyborg! Halte Lothor in Schach, während ich Verstärkung rufe! Deathstroke! Verzeih, dass du mitmischst! Ha! Na los, auf geht's! Morde begehen sich nicht von allein! Suchst du was Bestimmtes? Sei gegrüßt, Schwester! 1 1 1 2 2 3 Was ist das? Was soll das? Batman tötet ich, sonst keiner. Ruft ihn. Bringt ihn zu mir. Ja. Wahnsinniger. Adam. Du verdienst es nicht zu leben. Diana. Diana. Besiegt von einem Mann. Nein, du hast alles verloren. Nein, ich habe dich besiegt. Ich, Lex Luthor. Brainiac ist wieder zurück. Jahrelang stahl er den Beschützern der Erde die Kräfte, doch wir waren zu sehr damit beschäftigt, gegeneinander zu kämpfen. Ohne euch drei konnte sich Brainiac der restlichen Helden rasch entledigen. Wer Glück hatte, starb im Kampf. Am Ende überlebte nur ich, wie eine Kanalratte in seinem Imperium. Ich bin durch die Zeit gereist, um euch zu warnen. Dies ist meine Vergangenheit, aber eure Zukunft. Und mit ihr kommt das Ende der Menschheit. Wir müssen sie also gemeinsam ändern. Luthor, was hast du getan? Luthor, was hast du getan? Ich gebe euch eine Chance, euch zu beweisen. Er lügt. Das ist irgendeine Falle. Warum sollten wir dir vertrauen? Weil die Welt verdammt ist, wenn ihr euch nicht darauf einlasst. Ich habe Brainiacs Exobytes gestohlen und sie in die Erdatmosphäre freigelassen. Sie enthalten die geraubten Kräfte der Helden und Schurken meiner Zeit und sie werden auf jeden übertragen, der mit ihnen in Kontakt kommt. Die Exobytes werden eine neue Rasse von Superwesen erschaffen, die Brainiacs Invasion abwehren kann. Bringt ihnen bei, ihre neuen Fähigkeiten zu nutzen, denn sie müssen in der kommenden Schlacht an vorderster Front kämpfen. Sonst wird meine düstere Zukunft auch eure werden. Ich kann nur hoffen, dass es noch nicht zu spät ist, denn ich werde nicht hier sein, um diese neue Zukunft zu erleben. Meine Arbeit ist noch nicht getan. Ich muss diese Erde dir überlassen. Hol dir die Exobytes und nimm das Schicksal in deine Hand.